So! So weiter geht's in meinem Stämmerzaun. Mitten in der Forrest. Schlechtes Zimmer. Schlechtes Zimmer? Der Forrest. Warum so schlechtes Zimmer? Wenn man sich wie ihn loopt hat, anstellt er mit dem Spiel. Achso, bei dir. Naja gut, die Wurbelgasse ist ja jetzt nicht ansteckt. 26.000. 27.000. Na gut, nehmen wir den Holzanhänger halt wieder. Nicht zurückbelommen das Geld, oder was? Nein. Vielleicht steht er dann auf der anderen Karte. Gut. Ich bin genau neben dir gestanden. Beim, wie wir beendet haben. Ja, aber ich war jetzt auf jeden Fall Anhänger. Deswegen haben wir dann immer von mir hin nur die Anhänger genommen. Das kann mich noch erinnern. Das heißt von dir bleibt er stehen? Ja, was ja meiner ist. Ah, das ist ja deine Speicherkarte. Ah ja, Speicherkarte. Oder? Ist auch meine Speicherkarte los? Ich habe jetzt einen größeren USB-Stick. Bestell auf Amazon. Ja. Weil ich immer von dem Gaming-PC auf den anderen die Spiele überspiele. Also das Aufnahmen. Und dann von dort hochläde. Okay. Und wenn ich da drei, vier Tage nichts überspiele, ist der 128er gleich voll. Das war bei mir jetzt... Der ist ja schon voll. Wie machst du das jetzt? Über Festplatte? Ich habe mir in... Genau, ich mache das alles über Festplatte. Ich habe mir in den Prime Days... War das Prime Days? Black Weeks? Black Days? Mhm. Weiß nicht, irgendwo an einem 2TB. Festplatte. Mhm. Wie wird es gezeigt? 45. Ah, das ist... Das ist ein... Das ist ein Angebot. Was halt ist, je größer die Daten, desto länger dauert es auch zum Hochladen halt. Ich weiß. Aber ich habe jetzt wirklich schöne Videos dafür, muss ich sagen. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt wert. Also ich bin da jetzt sehr zufrieden. Irgendwann muss ich mir das mit der Playstation auch anschauen. Aber solange ich nichts aufnehme dort, ist das wurscht. Ja, eh. Habe ich mir auch da. Und ich habe mir gedacht, wenn ich aufnehme, ist die Qualität dann eh... Im Ton zumindest ja besser, wenn ich es direkt dort aufnehme. Und wie gesagt, dabei so viel spiele ich ja dort nicht. Oder wie. Ich habe gestern wieder Fortnite gespielt. Ah, okay. Und Fortnite wird zum Beispiel auch über den PC gehen. Das Rocket Race könnte ich auch ausprobieren mit dem Landgrab. Ich weiß nicht, ob das so geeignet ist dafür. So, nach links. Nicht das Rocket League, sondern das Rennen. Ich weiß. Aber ich weiß nicht, ob das so das eigentlich alles dafür ausgerechnet ist. Okay. Tja, komplett Arcade-mäßig. Was? Ach so. Vielleicht meine das Defense-Dinge ja auch. Wenn das zum Beispiel in Rocket League nicht geht, ist mir klar. Ja, F1 ist aber ein richtiges Rennenspiel. Das Rocket Waster ist halt mehr so Just-for-Fun Arcade-mäßig. Das passende Rennen mit drei Runden gegen andere, wo es ein paar Power-Ups gibt. So, als würdest du sagen, ich fahre jetzt mit Mario Kart mit dem Landgrab, was du mein? Okay, das ist ein bisschen... So ähnlich, es ist jetzt hochgegriffen. Aber du warst bei einem Mann. Ja. Das ist jetzt keine richtige Renn-Simulation oder so. Man, es ist wahrscheinlich schon möglich, dass du fährst, aber... Aber du musst ja auch springen und sowas, weißt du? Das ist mit dem Landgrab nicht ganz her. Einfach vor. Ja, stimmt. Schau, das hat so ein geschiesener Wendekreis, finde ich. So, gerade hinstellen haben wir gelernt. Ja. Ja. Sehst du, das muss ich auch noch raus schneiden, das Outtick. Genau. Was denn? Ich brauche einen anderen Anhänger. Ja. Wieso? Wenn er nicht geht. Gut. Wo denn ich... Der Anhänger top. Okay. Was für einen hast du oben? Oder den selben, den ich für die lange gehabt habe. Okay. Wo du mir gesagt hast, dass der geht. Weil mit so einem fahr ich auch gerade hin. Mal schauen. Ja, dann wird es auch bei dir nicht fehlen. Ja. Ich bin bald da. Also mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Ich bin bald so lange, das ist mit. Dann muss er wüsst sein. Denkt sich nicht drüber. Auf der halbe ist er nicht, wenn es hinten keinen... ...stütze hat. Was sind die Grundsätze? Ob wir nicht da jetzt angefahren Bist du noch in der Nähe? Nein, ich bin jetzt fast bei der Sankt-Shelter Ah ok Boom Weil ich festhänge Bei einem Stamm Von der Seite am Schiebhilfe brauchen könnte Bei einem Stamm? Also nicht am Holz Ja genau Hast du einen Anhänger noch angehängt? Ja Versuche abzukoppen Ja Ja Jetzt dann? Da der Anhänger hängen können Achso, dann kannst du ja dann eh runterziehen Was ist denn runter? Das steckt da Das steckt ja fest Ich komme nicht weg Verstech jetzt nicht Ich soll den Anhänger runterziehen Aber warum kannst du den Anhänger nicht runterziehen? Ich kann ja nur genau dasselbe machen wie du Ja Ja das stimmt Poppel dich ab Hängen das Seil wieder dran Und du aus Und zieh nach Aber das ist Weil du mir nicht glaubst Aber das ist Weil du mir nicht glaubst Ja 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 Ich war schon fast dort Was endet das? Das ist trotzdem der Fallscherlager, gellst? Heute sind es alle los, hier unterwegs. Dort wird das lustig unterwegs. Du bist lustig unterwegs. 20.000, sagt das nicht mehr, der kostet die 14.000. Scheiße, die waren dann. Aber ich freu mich vielleicht schon gut auf, oder? Aber wir haben dort bei uns das Lager, gell? Fürs Kaufen von den Anhängern. Nein, wir haben schon ein Anhänger, aber ich will den hinten aufrüsten. Hinten? Ja, statt der Holzauflieger nehme ich mal wieder einen Holztransport aufbauen. Müsst du mit dem Britschenwagen zum Liefern auch gehen, oder? Nein, mit dem Britschen nicht, weil es ja kein Holz ist. Aber es gibt ja keinen anderen Holz, oder? Ja. Wir haben den Auflieger gehabt, und es gibt noch einen Holztransport. Achso, und der richtige Holztransport ist das mal. Ich nehme an, ich bewüße es. Wer hat man denn jetzt draufgemacht am LKW? Das werden wir gleich sehen. Ob ihr richtig steht? Wenn der Anhänger voll beladen geht. Wow. So. So. Ich habe mir auch kurz überlegt, ob nicht GTA gehen wird, sogar mit dem Lenkrad. Aber es wird dann auch übertrieben. Geht sicher. Aber es ist halt alles mit der Steuerung. Ja. Mit dem Gehen und mit dem... Gut, ich habe ja die Knöpfe drauf. Also die Sticks. Ich habe nur einen. Zwei. Oder echt zwei Sticks? Mhm. Da kann man gar nicht erinnern. Richtig, richtig. Warum muss ich vielleicht gehen, ja? Ich bin gespannt, wann der nächste Trailer kommt. Mhm. Das haben wir ja eigentlich auch vergessen in unserer Planung. Ja gut, das ist... Wir müssen das bleiben, weil es noch keiner will ist. Nee, aber da wird er fix reingesuchtet. Nee. Aber noch sind es ja nicht so viele Spieler. Noch geht es sich dieses Jahr aus. Und dieses Jahr wird sie nicht kommen. Also dieses Jahr, glaube ich, geht es sich nicht aus. Mit unseren Spielen. Warum? Ich glaube, es ist echt, wir spielen sechs Spiele. Ein ganzes Jahr lang. Naja, Meetable ist ein Ende-Nie-Projekt. Ja gut, das sind alle. Aber irgendwann... Mal sagen, okay. Das ist genug. Und so nimmst du, dann werden die nie dran kommen. Die anderen. Wenn Snowrunner weiß ich, wann genug ist. Ja. Aber dann hast du stattdessen Ark. Und dann sind wir wieder beim Gleichen. Dann haben wir ein Endlos. Ja, stimmt. Sechs Spiele haben wir nur. Wir haben das Ghost. Ja. Ark. Ark. Ark weiß ich jetzt nicht. Ja, Ark? Ja. Palworld und, ähm, Suns. Stimmt. Gut. Palworld Schrägstrich. Äh... Ark. Nein, das machen wir dann wahrscheinlich zu dritt. Ja, Ark. Ja. Ja. Okay, das sind drei Spiele. Also mitten so, da sind sechs. Mhm. Naja, gut. Sechsteinhalb. Ja. Gut, aber dann, wenn das ein Projekt wird, dann ist wieder ein anderes, ein halbes Projekt. Das ist dann... Ja, ja, nein. Ich sag's mal. Ich sag's mal. Ich hab immer gesagt, dann rutscht das nach, quasi. Ja, aber dann rutscht das andere nach auf diesen halben Platz. Dann fällt das dann wieder weg. Ja. Ja. Ja, ja. Faut ich kurz. Da. Der Anhänger schaut aber genau gleich aus eigentlich. Ich muss sagen, auf den Anhänger kriegst du's nicht drauf? Nein, hat er aber gesagt, geht nicht. Nicht geeignet. Na, Alter. Vielleicht liegt's wegen meinem LKW-Aufsatz. Aber, na, eigentlich hab ich gedacht, ich kann jetzt am LKW UND am Anhänger was nehmen. Also, bei mir hat er gesagt, geht nicht. Ficker, Alter. Also, sagen wir's dann. Ob's da auch mal zurückgefasst. Ich dachte, du hast denselben Anhänger wie ich nämlich gehabt. Ich glaub's. Ich bin jetzt falsch abgerungen. Wow. Ich dachte, du hast auch diesen Auflieger gehabt. Der Anhänger ist gleich ausgeschaut jetzt eigentlich. Wir werden gleich einen Anhänger haben. Ich glaub, vom Holz Anhänger gibt's nur zwei. Wow. Ich dachte halt, dass der dann für mittlere ist. Der Helg dachte ich, er ist für lange und der ist dann für mittlere. Na, da wollen die Zeit so, Alter. Wieder eine halbe Stunde fast verschießen, Alter. Ja, und das bei einer Mission jetzt schon, Alter. Ja. Ich hab da jetzt noch keinen Tweet aufgemacht, aber... Aber ja. Ja, jetzt mach ich's eh nicht. Wie er mich angezogen hat. Es ist kalt. Ich glaub, es liegt drauf. Auf geht's. Nein, es liegt nicht am Auto. Der Anhänger hat ja mit dem Auto nichts zu tun. Du wirst einfach nicht den Anhänger ausgewählt haben und probiert haben. So. Geht doch. Ja. Ich hab jetzt am Anhänger auch besorgen. Aber gut, dann werd ich vorne nichts aufladen können. Ja, mit deinem Aufsatz nicht. Boah, ist die Frage, ob ich jetzt nochmal zurückfahren soll oder nicht. Ich bin jetzt genau am halben Weg. Das heißt, was hast du da vorne für einen Aufsatz? Holz. Holz-Transport-Aufsatz. Das heißt, du kannst jetzt zwei Stämme liefern. Jo. Okay, der Anhänger ist aber mal richtig. So. Also ich sieh schon. Das ist eine riesige Ladung. Bist du, Deppel? Ja, wieso? Dann kannst du das sagen. Dann kannst du dich anschnallen, Alter. Jetzt ist Schluss mit Lustig. Ja. Wo lieferst du denn hin? Farm oder Stadtlager? Ich fahr grad zur Farm. Okay. Weil ich heut eh der Sander doppelt fahrt. Weil ich nämlich Farm abliefern. Und was oder? Weil ich schon wieder so langsam bin. Das hab ich nicht gesagt. Aber wenn du das erste Mal ausliebst, fahr ich wahrscheinlich wieder zurück. Ja, wahrscheinlich. Eh. Also werde ich eben fahren. Und dann fahr ich von der Farm direkt in die Stadtlager dann. Dann hab ich dann eigentlich nur mehr Straße dann. Dann ist natürlich der LKW auflieger. Scheiß die Mann dann. Auf den hab ich nicht gedacht. Weil du es gesehen haben, okay, geht nicht. Und du wirst gar nicht auf den Anhänger geschaut haben. Ja, werde ich mit der LKW aus... gewählt worden sein. Der ist immer da, ich glaube ich zuerst. Ja. Ja. Oh, der Fall. Ob er so was zur Farm mitnehmen kann. Aber was hat der Nummer noch geil für das Spiel. Ja, das ist auch da. Suminell ist es. Ja, ich bin so ausgeärzt. Einfach nur halt... ...automatisch Gas gibt es. Ich habe ja automatisch gefußt. Ich habe ja leider keinen Platz mehr durch den... durch meinen... Nein, Scheiße. Geht sich mein Schalter nicht mehr aus. Ich habe echt überlegt, die Serie dann auf den Schalter zu fahren. In den U-Timer halt. Ich glaube, wenn die Automaten kommen, dann mit der Automatik. Und das kannst du nicht einfach wechseln? Ich tu dann jetzt immer deinen Controller jetzt wechseln. Ach so, mitten drunter, meinst du? Naja, ich brauche jetzt einen Joystick. Jetzt habe ich alles auf dem Joystick programmiert. Ach so, du hast gar nicht mehr recht gehabt. Ja, oh ja. Aber mit dem Joystick mache ich alles. Heben, runter, aufklappen. Aber das ist die Seeholzauflieger, Front. Ja, ist Holzauflieger, aber du brauchst Holztransport. Nichts liegen Holz. Holzauflieger für lange. Mit Heckauflieger. Ja. Weißt du, dass ich diesen Rahmenaufsatz nicht habe? Kannst du nicht? Ich habe noch Holzauflieger, Front. Ich habe einen Kran. Ich habe ein Flatbed. Jetzt halt nur flach. Ja. Du weißt. Ja. Sideboard. Sideboard Extension. Canvas. Support Frame. Oh, das ist nicht freigeschaltet. Es ist nicht freigeschaltet. Und Sattel kommt hoch und niedlich. Das war's. Keine weiteren Rahmenaufsätze. Ich könnte nur schauen, ob das flattet geht. Aber ich glaube es nicht. Mann. Was ist hier denn Holz? Oder mit Sideboard. Hast du mal ein Klumpad Lkw? Hast du mal ein Klumpad Lkw? Hast du da oben lagert? Ich könnte das einmal nehmen. Ein Klumpad Lkw hat er da. So, da werden wir gemeinsam fahren. Weil ich bin hoch beladen. Ich bin doppelt so hoch wie der Lkw beladen. Wow. Das ist echt Kippgefahr. Ja. Hoch 3. Ja. Aber es fuckt mich auch nicht, bis ich mit dir aufsetze. Es geht ja nicht alles für ihn, Lkw. Sonst würdest du eh... Ich meine, auf mein eigenem wiege ich schon einige. Es wird halt so ein fertiger Ding sein als die, wo du da nicht viel ändern kannst. Wahrscheinlich. Ist ja egal. Dann machst du da aber die anderen Aufträge. Das ist kein Problem. Aber das ist aber auch gar nicht. Stimmt. Dann mache ich irgendwas anderes dabei. Ja. Das bringt ja nichts. Ja. Mach mal gerne auf der Winkel. Das war ein Schildkabiner. So ist aber gut eigentlich. So ist aber gut eigentlich. Das bringt mir nichts. Kann ich die ganzen Holzmissionen einladen. Ja. Langholz kann ich liefern. Was ist noch zum Liefern Langholz irgendwo? Langholz kann ich liefern. Ja und das... Mach das halt aber. Da ist ja keins möglich. So. Also muss ich die ganzen Missionen einladen machen. Sei ja. Kannst du mir Zement für die Region freischalten, bitte? Oder von mir ist Superbestellung. Kann ich nicht, weil das ist noch gesperrt. Ja vom Hosen gesperrt. Spritbestellung kann ich dir. Sprachkönter. Ja okay. Na Superbestellung ist generell, siehst du ja. Ist ein Schlosshoffer. Ah okay. Gibt's eine zu los? Merci. Wo sieht sie? Wo meine war. Aber wo? Lieferung an das Lager aus, aber steht nicht. Und wo? Das heißt, da muss ich zuerst einmal dort rüberfahren wahrscheinlich, dass ich sehe wo ich es liefern muss. Mhm. Kannst du dann die andere Ortschaft anzeigen? Weil ich habe hier nirgends etwas, wo ich es abholen könnte. So. Dann verkaufen wir mal einen Anhänger.